Herzlich willkommen hier bei MTKaz. Der große Tag ist da, Schatz. Der große Tag da. Mein Auto ist lackiert. Keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe gesagt, bitte hol ihn nicht aus der Lackierkabine. Wir wollen das Auto hier jetzt rausnehmen. Live sieht er das erste Mal. Aber zuerst muss ich mal kleine Werbung in eigene Sache machen. Nordic Messe Show. Auf jeden Fall. Ich bin auf der Nordic in Neumünster. Es ist eine Beruf- und Fachmesse und eine Tuningsmesse in einem Verein. Letztes Jahr war ich da als Gast. Ich war sehr begeistert da. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, ich nehme mir einen eigenen Stand. Also, mein eigener Stand ist geil. Ich werde mich mal freuen. Dieses Auto, dieses Auto wird aufgestellt auf der Messe. Ich freue mich richtig hier. Nordic Messe Show, wie gesagt, habe ich richtig abgefeiert. Ich werde euch da begrüßen. Kommt zahlreich da hin. Verlinken tue ich das natürlich auch in meiner Infobox. Könnt ihr auch gerne sehen. Und ich freue mich einfach auf euch, dass ihr auf die Nordic kommt. Das erste Mal, letztes Jahr war es das erste Mal auf der Nordic. Genau. Und dieses Jahr bin ich als Aussteller. Eine Ehre, eine Ehre. Und dieses KZ hier will ich auf der Nordic Motor Show ausstellen. Freunde, wir gucken, was jetzt kommt. Also, sehen wir uns alle. 3. bis 5. Mai in Neumünster. Ich freue mich auf euch. So, ich bleib direkt dran. Ohne Kamera auszumachen, oder? Ach so, hast du noch gar nicht aufgemacht? Nee, nee, nee. Also, Armin hat mich schon heute angerufen. Normalerweise die türkischen Lackierer, ihr kennt das. 9 Uhr machen wir 10 Uhr auf. Weißt du, was ich meine? Aber ich habe mich um 9 Uhr angerufen und gesagt, wir warten auf dich. Unglaublich, unglaublich. Armin, bitte. Hallo. Hallo, Frau Korn. Hallo, Frau Korn. Wai, wai, wai. Oh, Tui, ist das unser Auto? Aber die Farbe ist richtig schön, Schatz. Ist das unser Auto? Richtig. Ist das wirklich unser Auto, Tui? Nein, das ist der Golf 2, Schatz. Das ist der Golf 2, oder was? Ja. Wow. So, ich nehme erst mal vom Weiten mit. Und dann können wir hier nachher mal gucken. Auch so ein bisschen dunkel und kräftig. Freunde, wir haben uns entschieden, wir haben gesagt, es gab Klavierlack oben drauf. Aber dann hat mir ein Abonnent geschrieben, wenn wir da haben. Klavierlack oben sieht vielleicht schön aus, aber vielleicht gefällt es den anderen nicht. Mach doch Folie, wenn dir das gefällt. Tolle Idee. Ich wollte die leisten auch Klavierlack. Dann hat mir wieder einer geschrieben, hat gesagt, ja, wieso denn? Kannst du doch verlieren. Brutale Farbe, Tui. Boah. Also das ist so, als hättest du den Neubaden gestehen. Wirklich, ein 100 Euro Golf. 100 Euro, das sind türkische 3500 TL, Tui. Ist ein, wirklich. Ich wollte die Karre entsorgen, nach dem TÜV. Ja, okay, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Nein, aber entsorgen in dem Sinne, weißt du, was ich meine? Aber es ist ein, boah, sieht da toll aus, ja. Wirklich. Also ich hätte jetzt so, es ist kein Finish, kein gar nichts. ich bin gespannt wie das ding in der sonne aussieht auf jeden fall ich mach mal für instagram natürlich hier sofort meine aufnahme ich hatte das auto auf der nordic messe show alle werte gesagt dass ich 100 euro auto ausstelle ich habe aber noch mehr überraschung auf der nordic eine überraschung der siebener auf luftfahrwerk werde ich ausstellen vielleicht den w140 der kommt da hin aber es kommt noch was geileres hin hier wird durchdrehen oder nicht so kommen wir so erst mal kommt er raus struktur fantastisch wirklich farbauswahl brutal aber schatz jetzt guck mal im tageslicht ja was für eine schöne farbe ja vor warte kurz wer hätte das gedacht oder wer hätte das gemacht aber jetzt überlegen heute scheint noch nicht mal die sonne nein wow wirklich ja es ist und man muss aber auch dazu erwähnen schatz er wurde noch nicht gefinished gar nicht erst gestern aus der lakierhalle gekommen auf dem groben blick die strukturen wirklich keine orangenhaut es sieht es glatt aus ja also normalerweise zusammenbauen fahren ja ohne finischen eine ich habe euch gesagt ich bin hier bei lidar ahmet ich wusste nicht wie er arbeitet ich habe gesagt du wir gucken die vorarbeit hat mir sehr gut gefallen gehabt aber auf finnisch war ich natürlich das ergebnis bin ich gespannt gewesen aber er hat mich wirklich überrascht es ist eine tolle arbeit gewandt ja auf jeden fall guck dir das an ihr das auto können wir vielleicht zufällig auch die leisten sehen das haben wir nicht mal interessiert zusammenbauen ja jetzt noch bisschen tiefer legen ja ich denke ja falls derjenige dass man irgendwann mal ein schwarzer verschwärf Das ist so ein Problem. Ja, dass wir. Wir haben den adequieren. Also wir haben den Ausstrahl mit dem Achselbesuch. Wir haben jetzt meine Anfängerung des Koffer hin. Wir werden den Atolea zurücknehmen. Wir werden den Atölye verlebt. Wir werden das mit dem Töten bewegen. Also, mein Auto war als erstes der Zelligung Abteilung. Genau. Das war der Vorarbeitung. Dann wird noch ein Lacki Arbeit gedreht. Jetzt geht er wieder zum Zusammenbauung dahin. Also, wir werden wieder zurück. Genau. Wir werden wieder zurück. Wir werden jetzt wieder zurück. Aber er geht nicht hier, das ist die Liegungsrater, da ist auch dreckig, er geht vorne in den Hauptdienst. Der Ahmet hat einen tollen Plan, ich sage Lieder Otto Caporta in Merzin, ihr könnt gerne meine Infobox reinschreiben. Ich bin baff von dieser Leistung, ich tue. Was soll ich dazu sagen? Wahnsinn, super Ahmet. Freunde, ich würde sagen, empfehle ich euch auf jeden Fall hier den Ahmet. Was willst du besser machen? Auf jeden Fall, geht nicht. Auch hier, keine Beulen, es ist allglatt, oder nicht? Es ist wirklich allglatt und wie gesagt, kein Finish, gar nichts in dem Ding. Was wir noch machen, wie gesagt, jetzt geht er zusammengebaut. Ich will Ahmet sagen, ich möchte hier nicht zu schwarz machen, ein bisschen heller haben. Wir warten mal, bis er ist vorbei. Ahmet nimmt das Auto gleich nach vorne. Er fährt ihn jetzt rum, wir begleiten ihn ein bisschen mit. Aber ich kann ja hier durchgehen, ne? Genau, er fährt weg, dann gehen wir nach vorne. So, Freunde, wirklich, ja. Ja, also das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Halt, es ging doch fast schwarz, Schatz. Ui, 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 ui. Kein Tierschoss dran. Wow. Unglaublich. So, lass direkt weiterlaufen, komm, bevor wir schneiden. Komm, Schatz. Jetzt kommt das geizte Auto hier auf den Hof. Hier, da ist auch das geizte Auto da. Komm, er kommt nach vorne. Jawohl. Also, hier ist sein... Ich finde, es kann toll von auch mit, Schatz. Unglaublich, dass da die Abteilung so umändert. Da ist er, da ist er, Schatz. Mann. Boah. Wie der aussieht das hier an. Ja. Boah. Einfach. Finde ich toll. Er sagt, hier ist noch sauberer als hinten, weil da wird ja auch noch arbeiten gemacht. Deswegen, habe ich vorhin ja auch gesagt. Aber eins muss ich sagen, der erste Eindruck. Finde ich geil. Ahmetcim, ich wünsche mir. Ich habe dieses Teil, ihr wisst, habe ich kurz vor der Abreise nicht gefunden, Schatz. Ja. Also, Ahmet hat mir was gebaut. Er sagt, vielleicht sieht es aus wie original. Okay, das ist hart. Weil, du hast ja gesagt, VW stellt es dich nur her? Ja, im Internet können wir das besorgen. Aber, Ahmetcim, jetzt sehen wir, wir sehen, wir sehen, in der Diktatur, ja. Dört, dört. Dört, dört. 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 Dört, 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 dört. So wirklich, wow, 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 wow. Hörerlich, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat er das jetzt aus Plastik angefertigt, oder was ist das? Eine Ahnung, hat er irgendwie angefertigt. Aber wirklich gut. Original, ja. Hörerlich, ja. Hörerlich, ja. Hörerlich, ja. Er hat irgendwas gefunden, was auch die Linienführung mit übernimmt. Ah, okay. Super. Wenn dieses Teil fehlte, das hätte die Optik kaputt gemacht. Super. Man hätte sich immer wieder dran aufgeregt, oder? Super, super. Also, ich bin sehr begeistert damit. Normalerweise, ihr kennt mich, ich freue mich nicht so sehr, aber das Ergebnis ist top. Top alles. Und ich weiß nicht, Salo Digga, wenn mein Auto so aussieht, kein Plan, oder nicht, ne? Wie dein Auto aussieht. Also, ich... Kann ja mindestens genauso sein, ne? Ich bei Ahmed bewundere. Seine Planung, Ahmed seine Planung ist top. Und er hat gleich für die Leisten neue Eclipse organisiert. Das macht wirklich keiner. Die ballern das Ding. Stell dir vor, du lackierst das Ding neu und haust da irgendwelche Eclipse rein. und schief im Club. Und sofort beginnt die Zusammenbau. Ja. Und die sind doch auch neu, oder nicht? Ne, die sind noch alt. Ja? Die sind richtig neu. Aber er hat jetzt nicht jeden Clip. Nein, nein. Er hat schon die Eclipse da. Und dann kommen die rein. Jetzt wollen wir mal gucken, den Spoiler. Warte, die Stuhlstange ist, und mal testen das. Wow. MC. Wow. Ich hab ihnen gesagt, unten schwarz gelassen, weil, das ist ja diese Hartplastik, ich wollte einen GT-Lippe hol ich in Deutschland, das ist ganz günstig. Also wenn die Stuhlstangen noch eingebaut sind. Boah. Alter Schwedischer. Ja. So. Ich feiere das Ergebnis. Wirklich ein tolles Ergebnis. Und hier mit drei Mann, vier Leute kommen noch dazu, sie gehen an die Geschichte bei. Und ich kann mir die Karre auch bei Nordic richtig vorstellen, als Ausstellungsstück. als unser, wie soll ich sagen, äh, unser 100 Euro Projekt. 100 Euro Projekt. Unglaublich, was aus dieser Geschichte passiert ist, für 100 Euro ein Auto zu haben, ja. Boah. Freunde. Wirklich. Ich hab die Wahl getroffen. Es ist die richtige Wahl. 100 Prozent. Dann sag ich mal, alle kommen her. Und zwar. Komm her. Komm her. Komm her. jetzt hierher. Zu Lider. Kaporta. Boya. Bei. Ahmet. Usta. Seit 50 Jahren hier in Mersin. Vom Vater zum Sohn. Vom Sohn zu Tochter. Nein. Wirklich. Ahmetcim. Das ist der Mann, der das hier ermöglicht hat. Ich kann nur sagen, und tolle Location hier. Wir sind auf der Hauptstraße hier. Und hier baut er ihn zusammen. Boah. Fantastisch, Ahmetcim. Çok, çok, çok. Ellerine sağlık. Süper wie Schilgolmisch. Nein. Ich kann das nicht warten. Ich kann das nicht warten. Ich kann das nicht warten. Wir haben immer gesagt, wir haben immer gesagt, wir haben immer gesagt, dass wir uns am besten machen. Du hast das erwartet? Was? Du hast dieses Ergebnis von Ahmet erwartet? Ich kann ehrlich sagen. Ich kann ehrlich sagen. Ich kann ehrlich sagen. Also ich habe... Türkische Arbeit. Du weißt. Also ich sage es mal so. Ich habe ja glaube ich in irgendeinem Video, habe ich auch geschrieben, 80 % wäre ich schon zufrieden. Ich? Nein. 80 % ist schon schwach. Aber als jetzt, sage ich mal, Experiment, weil du kennst es ja nicht. Du weißt es ja nicht. Du weißt es ja nicht. Und wenn du mein Mund dann ist alles gut. So. Ich bin bereit nachher zu gucken. Finish. Nachher kommen wir nachmittags vielleicht Öle nicht weg. Wie Toplanma, sie gehen. So. Gleich kommt die Stolstange. Aha. So. Wenn die Stolstange kommt, Auto wird noch mal geiler. Oder nicht? Aber siehst du, gleich zack, 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 zack. Ey, das ist hier, das ist Arbeit, Digga. Das ist hier. Perfekt. Guck dir das an, Alter. Sofort aus der Lackierkabine raus. Die haben mich heute Morgen angerufen und haben zu mir gesagt, wann kommst du denn? Ich kenne das nicht. Ich habe ja den richtigen Mann gefunden. Und auch an die ganzen Hater in Deutschland, die hier labern. Die Türken können nicht lackieren. Alter, kommt mal her, guck dir die Karre an. Deswegen hast du mich vorhin ja nicht ausreden lassen. 80 Prozent. Aber, wie gesagt, mittlerweile kennen die Leute mich auch schon aufreden. Ich sehe eigentlich fast alle. Und bis jetzt? Ein, zwei, also einen Pickel habe ich gesehen. Ja, bis jetzt bin ich bei 98 Prozent. Aber ich glaube, diese Pickel kriegt ja beim Finish weg. Alter, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein guter Lackierer den noch besser ohne Finishing rausholt. Ja. Du siehst keine Struktur. Die Farbe. Gleichmäßig. Klarlack. Wirklich. Kein Läufer, keine Klarlack. Ich habe keinen Läufer gefunden, Alter. Also, ey. Ich habe keinen Läufer gefunden. Und jetzt ist die Stoßstange eingebaut. Jetzt kommt noch mal zur Geltung. Guck mal her. Sofort Optik. Ja, man. Arabe, Arabe, Erdünde. Sofort. Guck mal. Einmal Stoßstange angesetzt, Schatz. Boah. Ich kann es in Worte fassen, Freunde. Ich bin wirklich... Normalerweise... Ich habe die Karre nicht ernst genommen. Golf, 60 PS, ist mir doch scheißegal. Hauptsache die Karre. Ich schmeiß das Auto weg. Wenn er liegen bleibt, habe ich erzählt. Und solche Sachen. Wirklich, habe ich erzählt. Aber... Nein. Es kann mein Liebling... Also, es kann einer meiner Lieblingsautos werden. Ey. Hä? Es kann einer meiner Lieblingsautos werden. Sanky wölle Schegi wim. Hey, Janim. Arabe wölle... Andere, Amed. Ich sage zu Amed gerade, ich bin aufgeregt. Arabe wölle... Tockmann... Was ist... Tock mich he ich eine... Nein, nein. Nein, nein. Ich versuche Amed zu sagen, was für ein Gefühl ich gerade habe. Dass dieses Aufbau... Schatz. Komm her. Ja. Dieses Gefühl... Als ob etwas Neues geboren ist. Weißt du so... Wie soll ich dir das sagen? Ja. Was erschaffen. Selber. Ja. Das Ding, Alter. Ich nehme ein 100 Euro Auto mit. Auf die Nordic. Alter. Wenn einer gesagt hat, der will den Golf ausstellen. Nein. Ihr wisst es. Mein erstes Auto war ein Golf Gitti. Ein Traumwagen. Den kannst du ja gar nicht mehr leisten. Golf 3 war nie in meinem Petto. Golf 2, ja. Aber Golf 3, nein. Nein. Das will ich nicht. Aber jetzt sehe ich die. Ich sage, wow. Wenn es wirklich weitergeht, kann man in Deutschland ein paar Klagera-Scheinwerfer oder Doppel-Scheinwerfer oder andere Rückleuchten vielleicht. Aber so, Innenausstattung haben wir viele reingefragt. Aber irgendeiner hat aber auch geschrieben, das ist eine besondere Innenausstattung. Ich weiß es nicht. Ja, Bonsovi oder was, ne? Wow. Okay, sieht man nicht. So, er baut jetzt alles zusammen. Macht auch die Plastikteile. Äh, Gummiteile macht er sauber. Er fettet die ein. Also die wissen wirklich, was die da machen. Ihr seht das ja. Keiner macht sich, glaube ich, die Mühe, die alten Gummiteile nochmal sauber zu machen. Die sind hier richtig flink, die Jungs, Männer. Es wird direkt weitergearbeitet, nachdem wir gekommen sind. Und die haben wirklich nur auf uns gewartet. Und nachdem wir angekommen sind, haben die direkt weitergemacht. Schatz, ich muss jetzt aber mal mit dir meckern, ne? Ich muss jetzt mit Ahmed meckern. Nein, ich muss mit dir. Ahmet, ich mache den Check-In, küsse, warte. Ich habe Ahmed jetzt gesagt, ich nehme jetzt auf. Er kennt das ja natürlich nicht, dass man aufnimmt, ne? Jetzt kommen die Stoßchen. Boah, Maschallallah. Aber woher ein bisschen verlater ist, ne, Missiane? Schatz. Was? Aber jetzt wollte ich mit dir meckern. Weißt du was? Das erste Mal, ungelogen das erste Mal, dass in der Türkei auf einen Deutsch-Türken gewartet wurde. Weil normalerweise, die haben ja auf dich gewartet. Wir sind gekommen, die haben direkt angefangen. Wir haben direkt angefangen. Ich wollte nur eine Suppe trinken gehen, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, abroch, keine Suppe. Wir müssen unser Auto filmen, ne? Ja. Also jetzt ist die Stoßchen gepackt. Boah! Aber weißt du, was erstaunlich ist? Dass gar nicht so viel dieses Farbunterschied, obwohl das eine Plastik ist und das eine... Weißt du, was ich meine? Aber die Plastik, den Demir rennt. Allgemeine, die waren nicht mehr. Plastik, den Demir rennt. Und das hier rennt. Und das hier rennt. Ich weiß nicht, dass die neue Auto-Türken sind. Die neue Auto-Türken sind. Die neue Plastik. Die neue Auto-Türken. Die neue Auto-Türken. Die neue Auto-Türken. Also, er sagt, bei neuen Autos ist die Stoßchen zum Beispiel neu. Ja. Und wenn du den lackierst, dann merkst du diesen Plastik und Unterschied. Er sagt, der ist so alt, dass er weiß, was ich meine. Aber guck mal, du denkst, das ist Metall. Aber das meine ich ja. Das habe ich ja eben gerade gesagt. Dass man das kaum merkt. Unglaublich. Gar nicht merkt. Nein, unglaublich. Wirklich, Janne. Boah. Was wird es jetzt gemacht? Sie ist untergelegt. Aber sehr professionell, die Leute. Ja. Ich sage das nochmal. Das Auto wird bei der Nordic ausgestellt. Dann müsst ihr da reingucken, Schatz. Und das Auto könnt ihr selber auf meine Messe gucken. Und erstaunen. Was für eine tolle Arbeit hier Ahmed geleistet hat, Schatz. Ja. Mann des Tages heute. Also, Ahmed sagt auch, die Optik sieht ein bisschen blöd aus mit dem kleinen Rohr, ne? Ja. Ich möchte da gerne eine Endblende reinmachen. Kein Sport auf so 60 PS. Das holen wir in Deutschland, wenn der Motorumbauberwetter ist, ne? Entweder sagt Ahmed einen schönen Oval, oder zwei kleine dezente Endrohre. Also, er hat schon die Vision ohne dich. Ahmed hat gleich gesagt. Also, Ahmed hat ein Tipp, zwei kleine, schreib mir in den Kommis rein. Also, zwei Doppelrohr reinschmeißen, oder einen schönen Ovalen reinschmeißen. Bin ich dafür. Du? Also, ich glaube, ich bin sogar für ein Ovalen, ja? Okay, schau mal. Aber die Kurzbilden sind schön gezogen. Guck mal her. Guck mal. Wenn er tiefer geht. Ja. Dann gehen die auch zu. Ja. Ja. Heute Morgen um acht Uhr Arbeitsweg. Er sagt, ne, acht Uhr. Er sagt, wir hätten schon jetzt fast fertig zusammengebaut. Er sagt, nicht anfassen. Die Leute haben Nase gebohrt wegen mir. Oh nein. Haben gesessen. Haben gewartet, dass sie attackieren. Das tut mir jetzt leid. Ich möchte das aufnehmen. Diese Zusammensetzung, diesen Zusammenbau. Ich möchte Ahmed seine Arbeit präsentieren. Und ich bin stolz, dass ich Ahmed kennengelernt habe. Und hier dieses Auto ab wie ich ihm habe. Mit ruhigem Gewissen kann ich sagen, kommt her. Ich bin top zufrieden. Und ich glaube, das hat mit Bonus-Bonus zu tun. An der Stelle möchte ich mich am Metin bedanken. Ja, Metin. Danke. Danke. Danke, dass du mir Ahmed bekannt gemacht hast. Liebe Grüße nach Deutschland. Tollen Typen hast du mir. Tolle Verwandten hast du hier. Ich freue mich einfach. Fantastisch. Bei so viel Licht haben wir einen Pickel gesehen. Genau. Darauf will ich ja eingehen. Ich habe ja so wirklich, also man muss wirklich, wirklich genau hingucken, um die Pickel zu sehen. Also ich habe drin in der Halle, wo alles beleuchtet war, einen Minipickel gesehen, zwei. Und dann habe ich ihm gesagt, bleibt das so. Er sagt nein. Das wird auch noch weg gemacht, hat er gesagt. Ja. Deswegen will ich das jetzt zeigen. Aber ich sehe das nicht jetzt. Doch, doch. Hier. Hier zum Beispiel. Ich weiß. Also das wird die Kamera noch nicht mal auffangen, weil der so mini, mini, mini. Genau wie er ist. Aber ganz ehrlich zu mir, er hat noch nie mal einen Läufer drin. Ja, ja. Deswegen sage ich ja. Ich bin so überzeugt, dass ich... Das kann nicht sein. Ich finde keinen Läufer. Nein. Deswegen will ich euch das nur sagen. Er sagt, das sind so die Fehler, die ich jetzt entdeckt habe. Also mini, mini, mini. Das ist unglaublich. Was für eine Arbeit denn das ist. Ja. Ich sehe keinen Läufer. Normalerweise weißt du selber. Und man sieht auch manchmal an den Kanten, weißt du selber, hier die Klarlackläufe. Wir werden quasi ab hier und an die Basel, wir werden nicht ab hier langen. Unglaublich. Tui. Und hier habe ich noch so einen kleinen Pickel gesehen. Aber er ist nicht sicher, er kriegt das weg. Also ich denke auch. Freunde, ich sage tschüss. Geiles Auto. Wirklich armes. Wir kommen natürlich. Morgen gibt es den Finish, wie er komplett fertig ist. Schwarze Scheiben im Himmel. Alles noch rein. Ich bin begeistert von der Arbeit. Wirklich abonnieren, liken, folgen nicht vergessen. Da ist auch eine Schaffe. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nordic sind wir arm. Mai. Dritter, Fünfter bis Fünfter. Dritter, Fünfter. Da wird dieses Auto auf der Nordic Messe Show ausgestellt. Da könnt ihr euch selber ein Bild machen. Da könnt ihr ein Bild machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Achmed abonnieren. Auf Instagram. Und ihr könnt auch seine Nummer da sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Wir haben eigentlich eben gedacht, Achmed kriegt Kunstschaft. Aber wo kommst du her? Weißt du, dann machst du Urlaub hier? Nein, ich hatte da ein bisschen zu viel. Ich hab dir ja beschrieben. Ich glaube, ich bin Retsam. Ah, okay. Aber nicht für hier in der Türkei. Oh, du musst wegfahren. Fahr mal hier einmal. Ich stehe da vorne. Er fährt mit seinem Mercedes. Mach so. Ich denke, oh, Ahmed, du hast Kunstschaft. Ich winke zurück. Und er sagt, nein, ich bin wegen dir hergekommen. Dann haben wir ja direkt den ersten Abonnent, der den Golf beurteilen kann. Bravo. Ja, wir gehen mit ihm hin. Guck mir das mal an. Ja, ja, ja. Da soll ja mal sein Urteil abgeben. Emre, du kennst Haji Murat. Kennt jeder, ne? Weiß, weiß, meine. Er startet wieder. Er fragt einen Gast drin. Keinen Gast drin? Ja, ich dachte. Du hast ja auch gezeigt. Das ist doch Urteil. Ja, alles gut. Die sagen das hier. Er steht hier seit fünf Monaten. Emre ist der Erste, der mein Auto beurteilt. Aber ehrliche Meinung. Wirklich hier nicht hier bla 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 bla. Einfach sagen, Vigi gefällt mir, gefällt mir. Du hast ja auch ein bisschen wohl angekommen. Und das ist jetzt wirklich spontan, dass du hier bist? Ja, genau. Ich hab den Leon auch geschrieben, aber der antwortet mir nicht. Der ist hart am Arbeiten. Wir können ja auch da hin. So, Emre. Also, erst einen guck. Guck einmal rum. Also, er ist wirklich Sender. Er hat hier gewunken. Ich wusste das noch nicht als ein Follower. Das ist echt spontan. Mehmet habe kann ja auch die auf Instagram, was ich ihm geschrieben hab. Ja, das glauben die Leute. Das glauben die vielleicht nicht. Aber echt. Ich wollte mal einfach unser Augen gucken. Deswegen sag ich ja. Wir wollen jetzt auch, wir sind eigentlich überzeugt. Und der ist noch nicht gefinished, ne? Der ist heute morgen auf einer Kehrkabine raus. Ja. Ohne was gemacht zu haben an dem Auto. Ja. Auf die Struktur, ne? Ja. Ja. Aber Farbe, was heißt Farbe? Ballern, ne? Ja. 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 Warenfarbe. Ja. Warenfarbe. Das haben wir jetzt nicht entdeckt. Warte. Komm mal her, wir zeigen das natürlich. Achso. Komm mal her, eine Mini-Stelle hat er. Da. Waller Brau, hat er gesehen? Stimmt. Hier, die hier, ne? Genau. Aber, wollte ich grad sagen, ich versuch das mal aufzufangen. Ich krieg das noch nicht mal aufgefangen. Und das ohne Finish, ne? Ohne Finish, wirklich schön. Heute geht das im Klang. Du weißt ja, Salo ist verschwungen. Alle spekulieren, wo der ist. Wo ist der Salo? Im Hilton hab ich geguckt, war er nicht heute. Aber kein Knall, wo der ist. Ich hab lieber studiert. Schön. Wenn wir Hilton brauchen, du bist dabei. Was für ein Anwalt bist du? Also hier gibt's kein Fach. Gibt's eigentlich schon. Aber allgemein, jeder Anwalt ist hier allgemein. Also manche gibt's auf Strafrecht, was weiß ich, auf Familienrecht, Arbeitsrecht. Also es ist nicht so aufgeteilt wie in Deutschlandseiten? Eigentlich schon, aber es ist halt allgemein zur Zeit. Aber du bist doch mit zwölf wieder hierher gekommen. Wieso sprichst du noch so gut Deutsch? Okay, wir haben Hunger jetzt. Ich glaube und behaupte, Ahmed hat den nächsten Auftrag. Ich sag ja, ich glaube, erster Auftrag würde ich jetzt behaupten, oder? Ich will mal nachfragen, weil ich muss die Stoßstange runtergehen. Meine Stoßstange hat ein bisschen Macken. Ja. Ah, ja, ja, ja. Und weil es ein Arm ist, ist er ja ein bisschen, sag mal, tief. Hm? Jetzt kommen immer auf die Brotsteine. Ach so, ja, 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 stimmt. Wenn ich das abkriege. Wenn ich das abkriege. Wenn ich das abkriege. Wenn ich das abkriege. Guck mal, erster Auftrag kriegt.